Jodo Diddlidong Ladies und Chants, hier ist mal wieder euer FurlongForce und ich würde mal sagen der Stream ist online, seit langem wieder mal versuche ich jetzt mit meiner geilen Internetleitung zu streamen und ich habe heute zwei Gäste bei mir, ich würde mal sagen ihr könnt sich der Reihe nach vorstellen, ja auf das wollte ich jetzt warten, dann fange ich einfach mal an, ja hallo ich bin der WTD BananaJoe und wir spielen heute Zombies, Black Ops 2 Jo, servus, ich bin's, Dirty Dan, ja Daniel, genau ihr kennt sich vom TeamSpeak, vom Dekor, die Leute, ja, ich habe mich schon wieder genannt, ne, heute geht es um die Map Breed, genau, und da schauen wir mal was wir heute alles zusammen bekommen, wir sind drei Pros am Werken, in dem Sinn wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet, in dem Sinn, bis dann und ich lasse euch zweimal das letzte Wort, hau da hin, jo, haut da rein, wir sehen uns im Livestream. Bis zum nächsten Mal.